Servus Leidl, was geht? Ich bin's der Fabio. Wir machen heute ein Kids Ride, also es haben 15 Kinder quasi die Chance mit mir ein bisschen Radl fahren zu gehen. Ich glaube wir werden eine richtig geile Zeit auf dem Radl haben und ich freue mich schon echt drauf. Ich bin's der Fabio.